Hallo liebe Vorgehmer, schön, dass ihr vorbeischaut zu einer weiteren Runde War in the East 2. Werfen wir zunächst am Einblick auf die Turn Summary. So fällt auf, dass wir doch erheblich an Mannstärke verloren haben. Das hängt mit den beiden Panzerdivisionen zusammen, die in der letzten Runde regulär abgezogen wurden. Und naja, man sieht auch, dass wir natürlich auch an Kampffahrzeugen erheblich verloren haben. Ebenso wurde ein Großteil unserer Luftwaffe abgezogen. Das waren ja die Stuka Geschwader 1 und 2 und auch das Kampfgeschwader 2. Also haben wir in der letzten Runde doch einen erheblichen Rückgang in unserer Stärke hinnehmen müssen. Erfreulicherweise gab es also auch einen Rückgang bei den Sowjets in der Manpower. Dort ist die Mannstärke um 17.000 Mann zurückgegangen, sodass sich zumindest mal der Gegner nicht weiter verstärken konnte. Erfreulicherweise haben wir in dieser Runde keine Warnung bekommen. Das heißt, alle Einheiten wurden gut versorgt. Insofern ist es uns diesmal besser gelungen, das Versorgungssystem aufzubauen. Was die Victory Points betrifft, haben die Sowjets noch leicht die Nase vorn. Aber wir sind ja dabei aufzuholen und bereiten uns auf den Angriff auf Leningrad vor. Schauen wir uns noch einmal gerade die Events an. Ja, das ist das bekannte Partisanen-Event, dass sich also hier die Partisanen-Intensität in verschiedenen Regionen Russlands verstärkt. Ja, dann werfen wir als allererstes einmal einen Blick auf die 16. Armee, die ja unsere lange Flanke in Richtung Osten hält. Es fällt auf, dass der Gegner erneut die Kontaktlinie verlassen hat. Er war ja in der letzten Runde durchaus vorgerückt und hat versucht, Druck aufzubauen. Naja, und wir haben nur noch wenige Einheiten hier in einer unmittelbaren Kontaktposition. Das heißt, es ergeben sich kleinere Räume, in die wir durchaus vorstoßen können. Allerdings glaube ich, dass er nach wie vor hier im rückwärtigen Raum eine mehr oder weniger zusammenhängende Linie aufgebaut hat. Das hatten wir ja auch schon vor zwei, drei Runden schon einmal erlebt, dass es Freiräume gab, aber wir dann relativ schnell auf feindliche Einheiten stießen. Und ich vermute, das wird auch diesmal der Fall sein. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, die Situation auszunutzen und einfach mal ein Stückchen weiter in Richtung Osten vorrücken. Werfen wir hier einen Blick auf unsere 18. Armee. Dann hat sie ihre Linie gut gehalten. Wir hatten die letzte Runde, die Runde 13, dafür genutzt, unsere Einheiten ja möglichst aufzufrischen. Wir haben versucht, sie möglichst wenig zu bewegen. Und der Plan für die 14. Runde ist es nun, mit unseren Einheiten in die unmittelbar an Leningrad angrenzenden Hexfelder vorzurücken, um uns dann eben auf den entsprechenden Angriff vorzubereiten. Wir werden sowas wie eine erste und zweite Welle wohl aufbauen müssen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir Leningrad bereits mit dem ersten Angriff einnehmen. Das wäre dann doch eine relativ große Überraschung. Werfen wir einen Blick auf die Versorgungssituation. So können wir festhalten, dass es diesmal durchaus strukturierter abgelaufen ist als in der letzten Runde. Also die 18. Armee wird im Wesentlichen aus den vorgelagerten Depots verseucht. Während die 16. Armee im Wesentlichen Versorgung aus Daraia-Russa und aus Dino bezieht. Also insofern wirkt das Ganze schon deutlich strukturierter, als es in der letzten Runde der Fall war. Erfreulicherweise ist die Versorgung unserer Depots auch in ganz erheblichem Maße hier aus unserem Heimatland heraus erfolgt. Und das war ja auch das, was wir versuchen wollten aufzubauen. Also es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Versorgung über unsere doppelspurige Eisenbahnlinie, die ja unser Rückgrat der Versorgung ist, in Richtung Norden geflossen ist. Ja, dann schauen wir als nächstes einmal unsere Luftwaffe an. Werfen wir einen Blick aufs Wetter. So stellen wir fest, dass wie angekündigt hier ein Tiefdruckgebiet herrscht. Das heißt, es regnet in weiten Teilen unserer Karte. Was natürlich effektive Luftoperationen massiv behindert. Und ärgerlicherweise werden wir auch in der nächsten Runde mit einem Tiefdruckgebiet zu tun haben, das sich hier vom Westen heraus nähert. Und gerade auch um Leningrad herum wird es regnen. Schauen wir uns einmal das Wetter in der Luft an. So sieht man, dass in der nächsten Runde eben doch ein erheblicher Regenfall in diesen betroffenen Gebieten zu erwarten ist. Und gerade auch um Leningrad herum. Ja, was heißt das? Wir werden dann wohl auch in der nächsten Runde Luftunterstützung fliegen, trotz des schlechten Wetters, um einfach irgendwie diesen Angriff auf Leningrad möglichst erfolgreich vorzutragen. Das heißt dann aber auch für diese Runde, dass wir noch einmal unsere Luftwaffe schonen werden. Ich habe daher alle Geschwader in den Modus Ausruhen versetzt. Wir erinnern uns daran, dieser weiße Balken hier an den jeweiligen Buttons zeigt an, dass sich die Einheiten im Ruhemodus befinden. Und ja, insofern hoffe ich mal, dass uns dann mit der ausgeruhten Luftwaffe ein vernünftiger Schlag auf Leningrad gelingt. Eine kleine Änderung können wir allerdings noch vornehmen. Wenn wir uns das Jagdgeschwader 54 ansehen, dann befindet sich auf den Flughäfen von Peskov und Luger. Und ja, wir haben mittlerweile die Möglichkeit, einen Jagdgeschwader mit neuen Jagdflugzeugen auszustatten. Das kann man hier sehr schön am Produktionsschirm sehen. Und zwar haben wir hier unsere Fighter Bomber. Momentan sind alle Staffeln, fünf Staffeln haben wir bei uns auf der Karte, mit dem Bf 109 F2 ausgerüstet. Und uns fehlen hier noch 37 Maschinen, um die volle Stärke zu erreichen. Und im Pool ist leider keine Maschine mehr vorhanden. Außerdem erkennt man an dieser Raute, dass diese Maschine aus der Produktion herausgenommen wurde. Es werden also auch keine weiteren Maschinen nachproduziert. Erfreulicherweise befindet sich jetzt die Bf 109 F4 im Zulauf und davon haben wir schon 29 Maschinen im Pool. Das heißt, wir können also eine Staffel schon mal mit diesen neun verbesserten Jagdflugzeugen ausrüsten. Und dadurch werden natürlich die älteren F 102 frei, die dann automatisch auf die verbleibenden Staffeln verteilt werden. Dafür suchen wir uns mal das zweite Jagdgeschwader 53 aus. Mit den 29 Jägern. Und wir werden hier einen Austausch vornehmen. Wir können uns einmal die Kampfwerte auch ansehen. Das ist die F2 und das ist die F4. Und wir haben hier bei der Geschwindigkeit Vorteile, bei der Steigfähigkeit, also der Steigrate haben wir Vorteile, die maximale Höhe ist größer. Also insofern macht ein Austausch durchaus Sinn. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Und hier sind bei der Jagdgeschwader bei der Jagdgruppe 53 bereits 20 Bf 109 F4 angekommen. Die anderen Maschinen sind in den Pool gegangen und da wir in dieser Runde auch nicht fliegen werden, werden wir auch dann die Zeit haben, dass ein Zulauf stattfinden kann, sodass wir hoffentlich in der nächsten Runde eine vernünftige Stärke erreicht haben werden. Ja, das soll es dann aber auch an Details gewesen sein und wir können die Luftkampfphase auch auslösen. Ja, mit der Luftwaffe sparsam umzugehen, erscheint mir doch ganz sinnvoll, insbesondere um dann eine maximale Unterstützung für den Angriff auf Leningrad zu erzeugen. Gut, dann ist die Luftkampfphase durch. Es hat sich natürlich an der Frontlinie nichts verändert. Wir sind ja auch keine Aufklärung geflogen. Das heißt, ich kann mir jetzt in Ruhe Gedanken zu unseren Bodenbewegungen machen. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, dann kümmern wir uns jetzt einmal um unsere 18. Armee. Wir werden die kampfkräftigsten Divisionen hier bei der Totenkopf-Division zusammenziehen und dann die etwas leicht schwächeren Einheiten rechts von ihr, östlich von ihr. Wir können maximal drei Divisionen pro Hexfeld stacken und das werden wir auch machen. Also wir werden schon mal sechs Divisionen jetzt für den Angriff auf Leningrad bereitstellen. Okay, hier wählen wir auch die stärkste Division mit einem Angriffswert von 17 aus. Und so kommen wir zumindest mal hier in diesem Feld schon auf einen Angriffswert von 55, was ja schon ganz ordentlich ist. Und wir ziehen Einheiten nach östlich von der Totenkopf-Division. Ja, und auch hier haben wir schon mal einen Angriffswert von 42. Also 45 plus 42 ist ja schon eine Menge. Wenn wir die mal zusammenziehen. Wir könnten sogar in dieser Runde schon einen Angriff hier auf Leningrad durchführen. Wobei der Verteidigungswert mittlerweile bei 200 angekommen ist. Das ist ja gefühlt unerreichbar. Also wir werden mit Sicherheit zwei, vielleicht sogar drei Wellen brauchen, um diese Stadt zu erobern. Aber wir bleiben bei unserer Strategie. Wir bleiben also erstmal passiv und werden in dieser Runde Leningrad noch nicht angreifen. Dafür bauen wir jetzt in den rückwärtigen Feldern unsere zweite Welle auf. Das Ganze wirkt allmählich schon etwas aufgeräumter. Wir werden auch unsere Panzer-Divisionen hier unmittelbar im Hinterland aufstellen. So haben sie mit den verbleibenden Punkten auch noch ein bisschen Chance an Combat Preparation Points zu gewinnen. So, wir müssen unsere Frontlinie wieder stopfen. Dafür haben wir genügend Infanterie-Divisionen im rückwärtigen Raum. Das passt soweit. Das ist unsere etwas angeschlagene motorisierte Infanterie-Division. Die werden wir in dieser Runde auf gar keinen Fall bewegen, sodass sie an Kampfkraft hinzugewinnen kann. Und so hätten wir dann quasi noch so ein bisschen wie eine dritte Welle mit unseren beiden mechanisierten Infanterien. Schauen wir mal. Also schlagkräftige erste Welle, eine zweite Welle, die schon deutlich an Stärke verloren hat oder nicht mehr ganz so stark ist wie unsere erste Welle. Naja und vielleicht wird es dann die dritte Welle aus den motorisierten Infanterie-Divisionen schlussendlich richten müssen. Ich möchte gerne auch als nächstes einmal unsere Polizeidivision frei bekommen. Das bekommen wir auch problemlos hin. Und wir stopfen die entstandene Frontlücke hier mit unserer 251. Infanterie-Division und schließen uns in Richtung Norden an. Sehr, 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 sehr schön. Ja, allmählich gewinnt hier unser Aufmarsch doch deutlich an Struktur. Das war ja auch Plan der ganzen Aktion. Auch diese Frontlinie müssen wir jetzt schließen, wollte ich sagen. Das war das Wort, das ich gerade suchte. Vielleicht nochmal so ein Gedanke am Rande. Wir hatten hier vor unserer Frontlinie ja nicht allzu starke Gegner. Hier haben wir Verteidigungswerte von 1, 9 und 10. Das ist auch überschaubar. Ich war ganz kurz versucht, doch hier weiter in Richtung Osten vorzustoßen, habe mich dann aber doch schlussendlich dagegen entschieden, weil ich mich einfach nicht von unserem Hauptziel Leningrad ablenken lassen möchte. Wenn wir Leningrad gewinnen, dann dürfen wir auch einen vernünftigen Sieg in diesem Szenario hinlegen und das wäre doch ja das Ziel des Ganzen. Gut, wir haben hier nördlich des Ilmensees eine gewisse Freifläche und wenn uns der Gegner schon diese Möglichkeit einräumt, dann werden wir sie jetzt auch mal versuchen zu nutzen und mal mit dem Regiment weiter in Richtung Osten vorzustoßen. Das sieht sogar frei hier aus. Und wir decken die entstandene Lücke mit der Division, mit der 291. Infanteriedivision. Leider kann sie also nicht weiter vorrücken und wird hier durch Kontrollzonen geblockt, aber ich denke mal, das ist schon mal ein ganz schöner Ansatz. Mal sehen, wie wir diesen Vormarschier auch aus dem Süden heraus dann aus dem Großraum Staraya Russa unterstützen können. Und vielleicht gelingt es uns sogar noch, die Stadt Valdei bei den Valdei-Höhen einzunehmen. Aber ich bin da, das ist eher ein frommer Wunsch, muss man mal ganz ehrlich sagen. Gut, somit sind wir mit dem nördlichen Teil soweit durch. Ich mache mir noch mal kurz Gedanken zu unserem südlichen Teil. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, dann kümmern wir uns jetzt einmal um unsere 16. Armee. Wenn ich sauber geplant habe und alles richtig berechnet und ausgezählt habe, dürften wir hier einen Lückenschluss in Richtung Norden hinbekommen. Also östlich des Ilmen Sees. Und das wäre eigentlich für mich im Moment auch das primäre Ziel. Insofern werden wir im südlichen Bereich nur ein Stückchen aufrücken, aber versuchen doch möglichst unseren Zusammenhalt hier zu behalten. Um dann eben genügend Kräfte frei zu bekommen, um den Lückenschluss in Richtung Norden hinzubekommen. Wir treffen hier auf keine gegnerischen Truppen im Moment. Doch, da ist eine Panzereinheit. Man könnte jetzt noch ein Feld aufrücken, aber wir verlieren dadurch so ein bisschen den Zusammenhalt hier über dieses Feld. Da könnte der Gegner wieder reindrücken. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich provozieren sollten. Wir sprechen hier ja auch nur über zwei relativ unbedeutende Hexfelder, die wir hinzugewinnen würden. Gut, dann marschieren wir mal weiter auf. Diese Division ist ja relativ angeschlagen. Sie war das Opfer von gegnerischen Angriffen vor zwei Runden. Wir werden sie jetzt einmal hier aus der Frontlinie auch herausbringen und in die Stadt Dno hineinziehen, damit sie sich hier wieder entsprechend auffrischen kann. Und wir werden sie auch mal in den Modus Refit versetzen. Damit dürfte sie dann auch bevorzugt mit Verstärkungsgütern verseucht werden und auch bevorzugt an Stärke hinzugewinnen. Wir spalten diese Division auf, die 86. Ziehe nach. Können leider nicht komplett die alte Linie einnehmen, aber dieses eine Hexfeld ist glaube ich auch dann zu vernachlässigen. Wir rücken aus dem Süden heraus weiter vor. Und jetzt komme ich allmählich durcheinander mit den ganzen Einheiten. Wer kann sich noch bis wohin bewegen? Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Sisyphus-Arbeit. So, und somit haben wir unsere Regimenter frei, um den Lückenschluss hier in Richtung Norden zu erzeugen. Ja, mit den Einheiten kommen wir nicht weiter vor und jetzt mit diesem Regiment noch das eine Feld hier einzunehmen macht eigentlich wenig Sinn. Ja, sehr, 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 sehr schön. Also im Prinzip ist es dann doch so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir haben so einige Felder hier besetzen können. So unsere Linie etwas enger um den Gegner geschlossen. Auch mal ein Feld aufgeben müssen. Das ist aber alles nicht so dramatisch. An dieser Stelle erschien es mir eben auch wenig attraktiv zu sein, nochmal in diese Lücke hineinzustoßen, weil wir ja eben vermuten, dass sich hier gegnerische Einheiten dann doch im rückwärtigen Raum befinden. Und die Hoffnung, dass wir hier östlich des Ilmensees nochmal einen Frontschluss hinbekommen, hat sich ja nun bewahrheitet. Und ja, wir erzeugen damit dann doch nochmal so etwas wie Druck in Richtung Valdei. Den ganzen Vormarsch können wir auch unterstützen, indem wir jetzt im Novgorodten Depot bauen. Und ich werde einmal entgegen unserer üblichen Praxis jetzt mit dem Reparaturtrupp auch schon an dieser Stelle vorrücken und entsprechend die Eisenbahnlinie reparieren. Das werden wir dann auch in Richtung Süden tun. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Wenn wir uns einmal die Linie ansehen, so haben wir jetzt Novgorodt verbunden. Wie gesagt, da kommt ein Depot hin. Wir haben hier so einen kleinen Eisenbahnlinien-Schlenker mittlerweile aufgebaut. Und da wir ja im Norden schon relativ ordentlich positioniert sind, zumindest mal was die Depots betrifft, würde ich unseren Reparaturtrupp jetzt auch weiter in Richtung Süden ziehen. Um dann hier an entsprechender Stelle vielleicht mal die Eisenbahnlinie in Richtung Viluki-Luki auszubauen, damit wir auch hier mal ein Depot hineinbekommen. Die Versorgungslage hier, der 16. Armee im südlichen Bereich ist ja doch sehr, sehr, sehr dürftig. Gut, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Nicht mehr so weit. Wir können uns hier auf ein Straßenfeld stellen. Das ist ja auf jeden Fall nochmal ganz attraktiv. Gut. Ja, das wäre es dann schon an Bewegungen gewesen. Und jetzt wird eine ganze Menge unter der Motorhaube, also offline, passieren. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir hier bei unserem OKH ja in den letzten Runden Unterstützungseinheiten im erheblichen Umfang gesammelt haben. Und diese Unterstützungseinheiten werden wir jetzt entsprechend unserem Angriffskeil, unserer ersten Welle hier oben bei Leningrad zu sortieren. Und das werde ich jetzt alles in Ruhe offline machen. Das muss ich mir auch mal in Ruhe ansehen. Ich hoffe, dass wir damit doch eine erhebliche, oder eine deutliche Verbesserung nochmal unserer Angriffsmöglichkeiten hinbekommen. Wir werden uns das aber gleich nochmal in Ruhe ansehen, wenn ich es dann durchgeführt habe. Bis gleich. Ja, dann schauen wir uns einmal an, was passiert ist. Wir springen zunächst einmal zum OKH und sehen, dass die gesamten Unterstützungseinheiten, die vorher im OKH waren, hier weg sind. Wir haben sie also verlagert in Richtung unseres Angriffskeils. Und wenn wir einmal zum Angriffskeil selbst springen, so sind die Truppen im Wesentlichen in diese vier Hauptquartiere hineingegangen, die dann für die erste, zweite und dritte Welle verantwortlich sind. Dort haben wir insbesondere das 50. Korps, das einige Einheiten erhalten hat, weil dieses Korps dann auch unsere erste Angriffswelle befehligen wird. Auch das motorisierte Korps hat einiges an Einheiten bekommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die motorisierten Einheiten dann die zweite Welle ausmachen werden oder vielleicht die dritte. Und wir haben hier auch noch das zehnte Korps, das ebenfalls mit Unterstützungseinheiten ganz gut gepolstert wurde. Und insbesondere auch nochmal die 18. Mamee als höchste Einheit, höchste Hierarchiestufe, die wir haben. Und ich hoffe einfach, dass wir darüber doch einiges an Unterstützungseinheiten in die Angriffe hineinbekommen. Wir haben teilweise auch noch die Divisionen mit Unterstützungseinheiten versehen. Man sieht das dann auch an den Angriffswerten. Vorher hatten wir hier im westlichen Bereich einen Angriffswert von 55 und wir sind mittlerweile hoch auf 62. Und im östlichen Teil war es vorher 42 und wir sind auf 44 hoch. Also aus meiner Sicht haben wir wirklich das Möglichste getan, um eben unseren Angriffskeil möglichst stark zu verstärken. Ja, und dann müssen wir mal schauen, ob das jetzt so funktioniert oder auch nicht. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Versorgungssituation. So haben wir hier in Novgorod ein neues Depot gebaut, das hoffentlich dann auch hier diesen Frontvorsprung in Richtung Osten besser versorgen wird. Wir haben lediglich bei Liga, bei Liga, naja einstellen wer Böses dabei denkt, bei Luga, so heißt die Stadt. Wir haben das Depot bei Luga von 4 auf 3 reduziert, in der Hoffnung, dass dann die hier vorhandenen Vorräte weiter in Richtung Norden geleitet werden, um eben unseren Angriffskeil weiter zu unterstützen. Und darüber hinaus haben wir auch nochmal die Versorgungsprioritäten ein wenig verändert. Also es gibt also nur noch die Einheiten der Angriffsverbände, die die höchste Priorität haben, in der Hoffnung, dass eben auch sie dann wirklich bestens versorgt sind. Und wir haben Teile der 18. Armee in der Prio heruntergenommen, auf die Prio 3, sodass wir hier also nicht unnötigerweise Versorgung kennliefern. Ja und damit haben wir eigentlich alle wichtigen Maßnahmen durchgeführt und wir können dann auch die Bodenphase in dieser Runde beenden. Ja, jetzt sind die Sowjets dran. Ich hoffe mal nicht, dass es hier irgendwie zu Gegenangriffen in unserer östlichen Flanke kommt. Das wäre ja jetzt doch mehr als ärgerlich. Insbesondere, da wir uns ja jetzt wirklich über zwei Runden sehr intensiv vorbereitet haben. Ja, es gibt wieder Aufklärungszüge. Ja, aber das sind eigentlich sehr wenige. Gibt es Gegenangriffe? Ne, es sieht nicht so aus. Nein, er fliegt wie gewohnt seine Luftversorgung. Das scheint hier im Wesentlichen nach Leningrad reinzugehen. Ja, ich bin also wirklich froh, dass es hier nicht zu irgendwelchen Gegenangriffen gekommen ist. Das wäre doch mehr als ärgerlich gewesen. Ja, unsere Versorgungsphase läuft. Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob unser Angriff funktionieren wird. Wir haben alles vorbereitet. Die Divisionen stehen in der bestmöglichen Position. Und ja, es bleibt eigentlich nichts mehr übrig, als Daumen zu drücken für die nächste Runde. Und ja, zu hoffen, dass uns dann die Eroberung Leningradz auch gewilligen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär Bis zum nächsten Mal.